Beiß einmal auf, du Wacki. Weißt du, was ich gerade gemacht hab? Ja. Naja, du. Hm? Ich bin gerade zum Kühlschrank gegangen und hab das Wurstfach aufgemacht. Du weißt, was das Wurstfach ist, oder? Ja. Was war denn drin? Das kann ich dir schon sagen, was da drin war. Kennst du den, lieber Käse? Weißt du den mit der schönen Kruste? Mit der schönen Kruste, ja. Ja. Genau. Den hab ich rausgenommen und dann hab ich mir gedacht, ich weiß, wem der schmecker tut, mir. Deswegen hab ich ihn gegessen. Du verarschst mich. Nein. Keine Verarschung. Und mir ist auch aufgefallen, da sind ein paar Knacker drin. Weißt du schon? Schöne, dicke Knacker. Ja. Die hab ich auch gegessen. Und dann bin ich nochmal ans Wurstfach gegangen. Gerade vor ein paar Minuten. Und dann hab ich ein richtig Schmankerl hergekriegt. Das wird dir gefallen. Ich hab ein Wammel rausgeholt. Und da hab ich, da hab ich mir was einfallen lassen. Ich hab was drum gewickelt. Drum gewickelt was? Ein Schinken hab ich drum gewickelt. Dann rat ich mir was. Was? Ich hab's der Katz gegeben. Ja. Ja.